Bukka, da drüben ist eine Tür. Ja, ich muss erst mal... Ja, so weit war ich auch schon. Aber ich möchte erst mal ein bisschen mich umgucken. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen. Haben wir doch schon gehört. So. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingen nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Ich musste die jetzt ausschalten. Das war meine Pflicht. Hast du das? Sehr gütig. Okay, keiner mehr hier. Sehr gut, Munition für mich. Ah, hier. Okay, gut zu wissen. Mach mal auf. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Eine Sekunde. Wenn sie keine Lust hätte, sollte sie es trotzdem machen. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunken machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Hm. Bitteschön. Schön gesagt. Ah, Disposer. Okay, wo ist denn... Wow. Huiuiuiuiuiui. Du brauchst mir gerade Munition geben. Schätzchen. Schatzi, boh, wo bist du denn? Ach, es gibt's mir keine Munition mehr. Anhaltlich. So. Was sollen wir denn hier rumstehen? Salz. Huch. Sag uns, was du will den Fitzroy bei, verdammtes Schlitz-Auge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lynn auch herholen? Hm. Schüttchen mit dem Kümmel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Das war's? Okay. Was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten. Ist das nicht grausam? dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen Geschöpfe aus dem Paradies zu vertreiben, ist das nicht grausam? Er ist, er ist ohne die eigene Gefahr. Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Oh. Ja. Wie viele Lockpicks? Mir fehlt ein Lockpick hierfür. Kannst du dir das mal ansehen? Na klar. Schade, ich hätte gern geguckt, dass es noch in der letzten Zelle drin ist. Ja, Nummer 9. Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Der Witt, Sie sind ein Löwen. Sie sind ein Löwen. Sie sind ein Löwen. Aber man kann dir nicht vorwerfen, wenn ich meine Interessen wahre, oder? Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung. Doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, der Witt. Gott, ist das lange hier. Will ich da rein? Ich will da nicht rein. Ah, Lockpicks. Jetzt könnte man eigentlich nochmal nach oben gehen und gucken, was drin... Warum ist das hier so dunkel? Was ist das hier? Da war irgendwas. Ich hab's genau gesehen. Das meinte ich. Ich glaube, er ist irgendwie tot. Leiche untersuchen, bitte. Hallo. Hier, wir werden... Da. Zu spät. Verdammt. Da. Jetzt müssen wir uns einen anderen Waffenschmied suchen. Nein. Tod ist tot, Elisabeth. Tod ist tot. Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Und ich sehe Zahl. Nur eine Frage der Perspektive. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Komm, Stock. Was wollt ihr von... Was sieht man hier? Aus diesem Winkel. Tod. Hör zu. Und so? Am Leben. Wukka. Chen Lin. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Kolumbia. Ein andersartiges. Die gleiche Mütze. Eine andere Perspektive. Kopf. Zahl. Tod. Am Leben. Wir müssen durchgehen. In... Dieses andere Kolumbia. Aber wie? Es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. What the fuck? Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Willst du das wirklich? Ja, bringt ja nichts anderes, ne? Okay, öffne ihn. Wow. Da. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Bukka. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Ist ja sau interessant. Und es klingt irgendwie nach Aufstand hier drin, ne? Ich glaube, das ist nicht gut. Wie cool ist das denn jetzt, bitte? What the fuck ist denn hier los? Hi! Was macht ihr da? Die steht da nur so rum, okay. Vorks Populi Crime Board. Aha. Das ist ja spannend. Warte mal, halt. Ich möchte das Lock hier aufmachen. Kannst du das knacken? Eine Sekunde. Ich will jetzt wissen, was da drin ist. Erledigt. Ah, was ist da? Das ist nämlich ein Geschenk. Und zwar ein Hut. Schub und Bremskontrolle an Skylines. Und im Moment habe ich angelegt, das Nahkampfziel in Brand zu setzen. Schub und Bremskontrolle brauche ich nicht. Wir nehmen sie mal mit, aber wir brauchen es nicht. So, dann können wir jetzt eigentlich hier raus, ne? Der sitzt immer noch da. Das macht, glaube ich, jetzt überhaupt keinen Sinn. Theoretisch müsste der doch eigentlich weg sein, oder nicht? Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Zeithals zurückgedreht. Elizabeth kann Chiffrin entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kann man verbergen. Finde die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. So erfahren wir vermutlich, warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns gleich hier erwartet. Ne, warte mal. Da ist doch irgendwer. Diese Männer. Ich habe sie getötet. Die waren tot. Ja, echt mal. Nicht in dieser Welt. Ja, ich... Wie lustig ist das denn? Dass sie tot waren? Oh. What the fuck? Sorry. Wow, viele. Viele. Sehr viele. Ja, gib her. Danke. Wuh. Tust du das? Komm mal her. Woher ist der da an der Wand hängen? In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Voll. Ist ja auch irgendwie saugeil. Wo komme ich denn hier hin? Ach, natürlich wieder aus Klo. Was auch sonst. Lecker, lecker. Äh, Geld. 1003. Dann könnte ich mir durch Bad mal... Ne, die will ich nicht aufwerten. Ich will meinen Blitz aufwerten. Der ist am coolsten. Wo war der Eingang? Irgendwo oben, ne? Genau. Da vorne war der Eingang. Hallo. Und da oben hing einer. Jetzt hängt da nämlich auch keiner mehr. Das ist sehr interessant. Bin ich immer gespannt, dass uns draußen erwartet. Oh Gott, das kann jetzt lustig werden. Wenn da jetzt auch so die Party geht, wie hier drinnen. So mit Zeit und so. Dies, das. Dann wird das wirklich lustig. So, hallo. Darum ist das Tor dazu. Und zufrieden mit dem Lohn? Scheint guten und Mutes. Historiker berichten. Der Maler-Syra wollte für seine Kunst kein Geld. Wah. Wah. Danke. Gib. Hier komm ich immer noch nicht rein. Nein. Stirb. Gut. Einer arbeitet jetzt für uns. Das ist schon mal schön so. So ein blöder Penner. Ah. Aua. Aua. Ich lese kein Leben mehr. Das ist irgendwie beides blöd. Ah. Ah. Lau. Oh. Deco. Wo ist denn der? Oh fuck. Ich komm noch weiter als der, oder? Oh fuck. Ich muss näher ran. Zack. Du blöder Sack, du. Zack, du blöder Sack. Weißt du? Ha. Stirb. Ha. Auseinandergesämmelt hab ich ihn. Wow. Handt er auf einmal vor mir. Was zur Hölle. Bringst mich nicht unter die Erde. Ich bring dich erstmal um. Ich brauch Salze. Danke. Genau die brauchte ich jetzt. Deswegen. Ah. Auf auf mich zu schießen. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euch verreinnt. Schätze aus dem Job für Fink wird nichts. Haben wir es jetzt mal. Danke. Meine Fresse. Ja, sehr stressig ohne Ende. Ich will doch einfach nur hier rein. Aha. Ach, betritt die Schmiede. Heidewitzker. Dum 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 dum. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Vielleicht auch nicht. Huch. Der Schrein. Hä, anderer. Das ist eine Figur von Comstock. Ist ja interessant. Da ist er doch. Äh, Mr. Lin? Huch. Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter. Lauter. Ich nichts hören bei dem Lärm hier. Sehr laut. Äh, ich bin Booker DeWitt. So, look. Diese Maschinen, sehr gefährlich. Wart denn unten bei Mrs. Lin? Äh, Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen, sehr gefährlich. Keine Ort für dumm Köpfe. Wollen Hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin. Unten. Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker. Das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist da ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte. Ja, dann... Vielleicht... Mrs. Lin. Wissen Sie, wer die Geräte ihres Mannes hat? Verdammte Polizei. Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Shen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Ja, Shantytown. Shantytown klingt sehr interessant. Shantytown. Klingt cooler als Finkton. Finde ich jetzt. So. Ja, er war ja auch tot. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Man weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. What the fuck? Schon wieder Gegner.